Musst du ein Payno machen? Musst du die Payno-Funktion benutzen? Welche Funktion? Die Payno. Was ist das denn? Das ist, wenn du halt einmal komplett von links nach rechts schrinken kannst. Da kannst du so ein 200-Grad-Winkel-Foto machen, super breit. Ich sag mir jetzt bitte nicht, dass du Panorama-Bild meintest. Korrekt. Wie nennst du das bitte? Das ist ein Payno, das heißt doch so im iPhone. Niemals. Also niemand nennt es Payno. Jeder sagt Panorama-Foto, Max. Aber wie nennst du es denn? Pano? Ey, mach mal schnell fix ein Pano. Nein, einfach so wie jeder, mach mal ein Panorama-Foto. Oh, das ist doch viel zu lang. Das steht doch im iPhone drin, hier. Unter der Mitte, ein bisschen weiter drunter für Panoramen, das iPhone stetig weiterbewegen. Mach mal ein Panorama-Foto. Wer sagt Payno? Das steht doch. Ich kann dir sagen, wer Payno sagt. Ältere Menschen. Payno? Die sagen Pano.